so jubi du hallo und herzlich willkommen zurück zur begrenzten herausforderung gefahr im wald ist die nächsten teile muss jetzt immer erst leider nach der arbeit hochladen würde man das muss man jetzt hier machen alle helden müssen überleben na ja du kommst mit du und du läuft 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 habe ich sie achten vielleicht hätte ich doch lieber den dämonentöter mitnehmen sollen aber die diese verbrennerin so schön flächende mensch der aber auch healing oh mein gott oh mein gott was soll man machen warten oder nochmal angreifen ne wer warten das gibt es mein kleines dann auch alle dann kommst du und du brennen baby brennen werden wir viel fahrer sehen schoene hier schoene hier schoene hier da kommt immer mehr verstärkungen was ist denn hier kaputt da habe ich mal wieder etwas verkehrt die man in den nennen die sich in der lille doch nee so vielleicht so ein bisschen kleines der neue mann 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 wenn es diese das in der stegen was machen so so naja ich glaube jetzt läuft es läuft jetzt sind die ganz verstärkungen gott sei dank das dauert ja ewig und drei tage dachte ich komme jetzt hier vor die power teil die letzte runde die fucking shit da kommt bestimmt wieder unendlich das ist ein kleines dann auch alle sagt 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 wie viele feindliche verstärkungen tauchen wir diesmal auf so kannst dann auch mal genau so jetzt läuft es doch läuft 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 du kommst da drauf und automatik um macht die kiste jetzt schon irgendwie fast zu einfach naja habe ich mir das doch fast gedacht dass das was zu einfach ist da gibt es ein kleines dann auf alle die legen sogar sache und der kugel eigentlich in die fraßengel entspann dass die verbrennerin draus macht da war jetzt gar nicht mal so schlecht finde ich ja läuft läuft gefällt mir sehr sehr gut alter echte zeit müssten wir mal haben vier minuten irgendwas über vier minuten jetzt sind wir geklopft nicht so ja so haben wir das jetzt geschafft schreibt meine kommentare wie es bei euch so läuft aber ich lieb wir sehen uns morgen leider auch erst wieder nach der arbeit spielt aber wir sehen uns habe ich lieb schon wieder weil bis morgen